Heute drehen wir die Zerstörungsvideos von Rezo um und schauen, was er für ein Mensch ist und wie er vor allem auf seine Mitarbeiter wirkt. Das gibt's in diesem Video. Ich bin richtig im Rant-Modus, Alter. Ich wusste jetzt auch nicht, dass es so outrunner... Finde ich gut. Also, du hast ja gesagt, du kannst doch sehr gut singen, dann kann man jetzt direkt... So ein geiles Video, aber ich wurde zurückgehalten damals. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich als Hintergrund das Zimmer von Rezo benutze. Ist das okay, Rezo? Ja. Er liegt da einfach rum. Im letzten Video habe ich mit einer Körpersprache-Expertin die Gestik von Rezo genauer analysiert. Heute soll es allerdings um ihn als Chef gehen und dafür habe ich seinen Hauptmitarbeiter Jakob eingeladen. Hi Jakob! Moin, wie geht's? Gut, und selbst? Mir geht's sehr, sehr gut, ja. Ich habe jetzt frei und jetzt machen wir mal ein nices Video. Sehr gut, okay. Guck mal, erstes Thema direkt. Frei. Du hast auch zwischendurch Freizeit, ja? Ja. Wir haben uns jetzt mal das erste Video rausgesucht, bei dem der gute Jakob den Schnitt selber gemacht hat. Boah, ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil es können ja viele Sachen schiefgehen. Und gerade bei dem Video sind auch Sachen schiefgegangen. Ich hatte noch so viel im Kopf, worauf ich dann gefühlt achten musste, weil ich einfach noch nicht die Routine hatte, dass dann irgendwie die Aufnahme abgebrochen hat. Und dann mussten wir so eine komplette Runde, die eigentlich echt strong war, halt wegschmeißen und so. War nicht geil. Glaub ich, der Falle in ganz. Runde 1. Wir haben hier ein Abfall aus dem 13. Jahrhundert. Richtig. TJ mit dunkler Stimme, fang den mal. Avocado hat ja... TJ mit dunkler Stimme. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine arg dunklere Stimme habe als TJ. Ich weiß es nicht. Ist das so? Mach mal eine Anmoderation für ein Video von TJ. Yo, moin. Hey, ganz ehrlich, was kann ich nicht an die Anmoderation gehen? Kommt ein Mensch mit nur 4 Stunden Schlaf aus und kann ein Mensch eigentlich von morgens bis abends durcharbeiten? Kommt ein Mensch nur mit 4 Stunden Schlaf aus und kann ein Mensch eigentlich von morgens bis abends durcharbeiten? Megageil. Schreibt jetzt in die Kommentare, ob er wirklich eine tiefere Stimme hat. Das würde mich interessieren. Ich glaube, dass Jan einfach nicht so ein gutes Einschätzungsvermögen diesbezüglich hat. Man kennt es ja. Man ist immer irgendwie gefühlt am nächsten Tag schlagfertig. Und du nimmst dieses Video jetzt ja halt auch ein paar Tage später auf. Deswegen kommen jetzt deine ganzen Konter jetzt. Nee, habe ich alle rausgeschmitten. Ich habe da immer gekontert. So ein geiles Video, aber ich wurde zurückgehalten damals. Leucht mal, sie versuchen den Kern durchzuschneiden. Du schneidest dir safe in die Hände. Ja, benutzt zwei Messer. Oh, wie hört's das denn? Wenn ich das so sehe, wie hoch ist denn deine Sanitätsausbildung? Also mal irgendwas mit so stabiles Haltenlager ist mir im Kopf geblieben. Ja, ich glaube, das hilft auch überall. Und ich kenne auch noch die Nummer vom Notarzt. Welche Nummer? Als jetzt zwei ist doch Feuerwehr. I don't know. Was passiert, wenn ich das einfach reingebe? Genau, was passiert? Wir rufen da einfach mal an und gucken, wer rangeht. Schauen wir doch mal. Hallo? Ja, Knabe hört. Ich hatte am Anfang sehr viele Furz-Jokes drin und so, weil ich, also fühle ich, mit Drop und Joey, da hatte ich so eine übel nice Animation, dann habe ich dann so ausgeschnitten, dann so Shooting Stars Musik. Und immer habe ich so mit Partikular, also mit diesem Plugin zum Kacke-Strahlen nachher, also an mir quasi, habe immer zu der Musik, habe in mein Mikrofon so reingefurzt, so. Und habe den dann so durchs Weltall furzen lassen und so mit so Feuer und so. Und das fand Riesel mich so lustig. Ich fand's derbe zum Brüllen, aber... Ja, 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 so kann es sich unterscheiden, ne? Also, nächstes Video. Wir schauen, ich mache mit Fremden von Fiverr einen Song für Geld. Das weiß ich noch. Das war tatsächlich meine Idee. Schauen wir mal rein. Was geht da ab? Ein bisschen Muske zu machen. Ein bisschen Musik. Aber nicht. Nicht irgendwie einen Song zu schreiben, nein. Das wäre ja auch viel zu einfach. Stattdessen war ich auch Fiverr. Für alle, die Fiverr nicht kennen. Fiverr ist noch ein Fiverr, da kannst du einfach... Aller Color-Grabbing ist voll offen. Wie bitte? Color-Grabbing muss wärmer. An der Stelle. Das würde ich jetzt anders machen. Aber vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass Riesel so ein eiskalter Typ ist. Egal, was ihr euch ausdenkt, es gibt es da. Du kannst auch denken, gibt es da dann auch einen alten Opa, der mit einer Banane spricht und dann Leuten herzlichen Glückwunsch wünscht? Ja, gibt es. Ha, we were da, ma? Also, ihr versteht das. Den hast du doch gefunden. Den hat Riesel gefunden. Das war letztendlich. Da hätte ich jetzt gedacht, dass das so was, von nach du vielleicht suchen würdest. Ich frage mich gerade, ob das ein gutes Geburtstagsgeschenk wäre, wenn man mal keine Idee hat. Also, ich würde mich freuen. Also, jetzt kenne ich es ja schon, deswegen würde ich mich nicht mehr freuen. Aber an alle Leute da draußen, ich glaube, es ist lustig. Und ich dachte mir, was ist, wenn ich mir da für ein paar Euro einen Beat machen lasse und dann von wem anders einen Text und noch jemand spielt einen Gitarrenpart und noch jemand spielt Drums und irgendjemand singt oder so und am Ende soll dann ein Song dabei rauskommen. Ist halt gar nicht so einfach, weil die einzelnen Leute ja gar nicht wissen, wie der ganze Song klingt und sozusagen nur ihren eigenen Part aufnehmen. Und ich bin nachher dann der Riesel, der dafür sorgen muss, dass das alles zu einem Song wird. Easy. Ja, das klingt nicht easy. Okay, Challenge. Wie ist das denn? Also, Musik macht ja auch viel. Wie viel Musikverständnis hast du, dass du da beispielsweise aushelfen könntest? Ich habe schon Musikverständnis. Ein paar Jahre hatte ich ja Musik so gemacht auf meinem Channel. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel, was jetzt reine Musiktheorie oder auch Producing Skills angeht, könnte ich jetzt Riesel nicht das Wasser reichen. Also, wenn es jetzt darum geht, wir müssen wirklich actually einen Song machen, also es ist nicht so, dass ich komplett unmusikalisch bin. Also, du hast ja gesagt, du kannst auch sehr gut singen. Dann kann man jetzt direkt, äh... Was ist das für ein Song? Dann singe ich. Dann gib mir einen vor. Ich habe das Gefühl, wir können uns also nur auf Wonderwall einigen, ja? Oh, Wunderwall, der absolute Klassiker. Hast du einen Künstlernamen? Bruder Jakob. Ich wollte eigentlich von Riesel immer BJ genannt werden, aber das war wohl ihm irgendwie zu anstößig oder so. So rennt ein. Featuring Bruder BJ. Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Wir können den Text wirklich nicht. We'll throw it back to you. I believe that everybody's dreams don't want to do about you now. Also, nach der Corona-Krise, wenn... ...we'll be the day that... ...we'll be the day that takes me... ...and I'm done... ...we'll be the day that... Auch nach der Corona-Krise, wenn jemand keine Sänger zur Verfügung hat und auch irgendwie die ausbleiben. Ja, genau. Oder wenn ihr einen Schlagzeuger buchen möchtet, war mein erstes Mal, aber ich bin richtig guter Schlagzeuger. Wenn Menschen Schlagzeug spielen können, bin ich instant verliebt. Instant verliebt. Boah, das geht mir so ein bisschen schnell, Rezo. Reicht's ja wirklich, wenn ich gut Schlagzeug spielen kann? Wenn ich einfach jemanden sehe, der ein Instrument gut spielen kann, ist bei mir einfach so, heirate mich. Bis man an den Punkt kommt, jemanden einen Antrag zu machen, muss man doch sehr sicher sein, dass man die Person liebt und über Jahre vielleicht, also sollte man sich doch schon kennen. Verglichen jetzt mit unserem Song, was hat dann Rezo für einen Song hingekriegt mit seiner Erfahrung? Okay. Baby, schau hinaus, ja siehst du diese Skyline. Gefühle wie die Eiszeit, doch will mit dir allein sein. Fahren durch die Nacht, ja schudeln ab, als wär's ein Drive-By. Time flies, der Lifestyle ist nice, wir trinken Beißwein. Ich würde lügen, würde ich sagen, dieses Leben ist nicht nice. Also dafür, dass das so random quasi zusammengewürfelt ist, dass da was rauskommt, was man sich anhören kann, ey, stark. Also der Junge, der kann ja schon rappen, der kann singen, der kann ja musikalisch einiges. Aber kann er auch Wonderwall? Gut, wir haben uns jetzt ein wenig verloren vom Videothema. Ja, das war auch ein bisschen. Wird doch trotzdem unterhaltsam, oder? Ja, denke ich auch, denke ich auch. Ich würde gerne auch in den Kommentaren wieder schreiben. Zuschau-Bindung. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Was ist denn Rezo für ein Chef? Was würdest du sagen? Sehr smarter Chef auf jeden Fall. Der Typ ist free talk, voll intelligent. Also ich weiß jetzt nicht, ob er das irgendwie somehow mal gelernt hat, aber ich könnte es mir vorstellen, dass er da irgendwie maybe mal Kurse drin gelegt hat, wie man ein guter Chef ist. Ich habe einen guten Job, der mir Spaß macht. Ich glaube, es gibt einige deutlich schlechtere Chefs. Im nächsten Abschnitt geht es um ein paar schlechte Erfahrungen, die Jakob auch mal bei alten Chefs und so gemacht hat. Davon kann ich natürlich nicht alles zeigen, aber ein paar Ausschnitte. Will ich jetzt auch nicht rappen, doch eigentlich schon so. Ey, nix klingen Leute, die in einer Fabrik arbeiten. Das scheiße auch raus an der Stelle, bitte. Ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass ich erfolgreich bin. Ne, das darf ich jetzt auch nicht sagen, weil sonst kriege ich Probleme mit anderen Stellen. Plötzlich habe ich keine Nachrichten mehr. Ne, es geht nicht. Egal. Du bist jetzt mit einem richtigen Rappen-Modus, Alter. Ich wusste jetzt auch nicht, dass es so outturned. Ich bin jetzt auch echt das erste Mal, wo ich so vor der Cam quasi sitze und so ein bisschen irgendwie da so erzählt, in irgendeinem Format, ähnlichen Ding. Also ich habe da jetzt auch keine Erfahrung. Wahrscheinlich bin ich so todeslangweilig. Also ich war nicht unterhaltsam. Ey, das klingt jetzt so, als wäre ich so voll auf Bestätigung angewiesen. Schreibt dem guten Jakob doch gerne mal etwas Bestätigung in die Kommentare. Nein, ey, ey, das klingt jetzt so voll bettelnd. Ey, ich will nicht, es ist mir scheißegal. Ich will nicht unterhaltsam sein für euch. Schau doch gerne bei Jakob vorbei, der hat ja auch Kanäle, habe ich gesehen. Den Bruder Jakob verlinke einfach diesen Channel hier. Es war sehr geil, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Abonniert den Florian. Schreibt in die Kommentare, mit welchem Mitarbeiter von einem YouTuber ich so ein Video nochmal machen soll. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao!